Zu unserem Tagesgespräch begrüße ich Andreas Jung. Er ist der Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Guten Tag, Herr Jung. Guten Morgen, Frau Deuster. Wer konnte denn aus Ihrer Sicht gestern Abend bei der TV-Debatte punkten? Ich glaube, es war vor allem der Übergang von einer Phase, wo es vor allem Inszenierungen gab, wo man über Skandale, über Affären gesprochen hat, hin zu Inhalten. Und deshalb hat diese Debatte dem französischen Wahlkampf gut getan. Sie haben gerade die Blitzumfrage zitiert, nach der Macron am besten abgeschnitten hätte bei den Franzosen. Ich glaube, das darf man noch gar nicht überbewerten. Ich finde aber, es war eine muntere Debatte, wenn gleich man bei Statements von jeweils zwei Minuten pro Person man nicht erwarten darf und nicht erwarten durfte, dass dieser Wahlkampf dadurch an besonderer inhaltlicher Tiefe gewinnt und man ganz neue inhaltliche Erkenntnisse über die Kandidaten hat. In Deutschland beobachtet man die rechtspopulistische Marine Le Pen immer mit einer gewissen Anspannung, sag ich mal. Und sie hat gestern Abend auch die Bundeskanzlerin heftig angegriffen. Wie bewerten Sie denn den Auftritt von Marine Le Pen? Ihr Auftritt ist eigentlich in der Reihe aller ihrer Auftritte. Der ist aggressiv. Sie macht Deutschland, sie macht die EU, auch die Globalisierung für alles übel verantwortlich. Und fest steht, wenn sie ihr Programm umsetzen könnte, das da heißt, raus aus der EU, raus aus dem Euro, raus aus der NATO, hin zu einer französischen Nationalwirtschaft, zu Ausländersteuern, zu einem Vorrang von französischem Recht gegenüber dem europäischen Recht, dann wäre nicht nur das deutsch-französische Tandem am Ende, es wäre ein Totalschaden für das deutsch-französische Tandem und den deutsch-französischen Motor, sondern weil Europa und die EU in der schwierigsten Krise seit ihrem Bestehen. Sie sprechen es an, ein Wahlsieg für Marine Le Pen wäre ein Totalschaden für Europa, anders als zum Beispiel in den Niederlanden. Da hat ja auch Gerd Wilders es nicht geschafft. Aber die Bedeutung der Wahl in Frankreich ist ja eine ganz andere für Europa als die Wahl in den Niederlanden. Welcher Kandidat könnte denn diesen Totalschaden am ehesten verhindern? Wir haben es gestern gesehen, da gibt es zum einen die beiden Kandidaten links und ganz links, Amand und Mélenchon. Da gehen nun alle davon aus, dass sie keinen entscheidenden Einfluss auf die Wahl werden nehmen können. Und damit konzentrieren sich die Blicke auf Macron, der im Moment in den Umfragen vorne liegt, und Fillon, den man noch nicht abschreiben sollte. Und wenn man das französische Wahlsystem anschaut, das ja anders als etwa in den USA zwei Wahlgänge vorsieht, das hat damals Charles de Gaulle als Block, als Schutz gegen die Kommunisten eingeführt, dann könnte es doch so sein, dass einer von den beiden in dem zweiten Wahlgang eine sehr, sehr große Chance hat, eine, wie die Franzosen sagen, republikanische Mehrheit hinter sich zu vereinen und dann tatsächlich Marine Le Pen zu schlagen. Schauen wir uns doch nochmal den Emmanuel Macron an, denn der ist ja mit Marine Le Pen gerade vorne in den Umfragen. Er ist ein Direktkandidat, das heißt, er hat bislang keinen erfahrenen Parteiapparat hinter sich. Mit welcher politischen Mehrheit will er denn im Parlament zusammenarbeiten? Er will zunächst mal bei der Wahl versuchen, eine breite Mehrheit der Mitte hinter sich zu versammeln. Da haben die beiden großen Parteien ihm eigentlich einen Gefallen gemacht. Die Sozialisten haben jemanden nominiert mit Armand, der dezidiert nach links blinkt und in der Mitte Platz macht. François Fillon ist jemand, der das konservativ-katholische Lager anspricht, anders als Juppé, der in die Mitte hätte integrieren können. Und deshalb möchte er als Präsident von Wählern beider bisheriger Lager in der Mitte gewählt werden und möchte so auch eine parlamentarische Mehrheit gewinnen. Auch das wird notwendig sein, egal wer Präsident wird, dass man tatsächlich auch handlungsfähig regieren kann. Er hat da seine eigene Bewegung en marche mit eigenen Kandidaten. Ob die tatsächlich so stark sein werden, dass sie ihm eine Mehrheit verschaffen könnten, selbst wenn er Präsident wird, das ist eine der großen Fragen in diesem Wahlkampf. Und wenn nicht, dann wird er versuchen, mit der Abgeordneten auf der rechten und der linken Seite zu koalieren, zu kooperieren. Aber man braucht nicht viel Fantasie, um darauf zu kommen, dass es ein ganz schwieriges Unterfangen sein würde. Lassen Sie uns doch noch mal bitte die Wählergruppen dieser beiden Favoriten, Emmanuel Macron und Marine Le Pen, genauer anschauen. Da stehen sich ja eigentlich zwei Pole gegenüber, oder wie würden Sie diese beiden unterschiedlichen Wählergruppen definieren? Ja, man muss sagen, dass natürlich eine Kategorisierung immer schwierig ist. Aber auch gestern ist ja wieder deutlich geworden, Marine Le Pen möchte die ansprechen, die sich als abgehängt fühlen, die Ängste haben, die Sorgen haben, die sich am liebsten einkasteln würden, die am liebsten alle äußeren Einflüsse abschalten würden. Und auf der anderen Seite spricht Macron vor allem jüngere Wähler an, die optimistisch sind, die Zuversicht haben, die Chancen sehen, in offenen Grenzen, in einem freien Europa diese Chancen und Perspektiven auch haben. Und deshalb wird das schon deutlich, dass diese Gegensätze, die in der französischen Gesellschaft ausgeprägt sind, sich gerade auch bei diesen beiden Kandidaten zeigen. Jetzt gelten die Wähler oder Anhänger von Marine Le Pen als sehr gefestigt. Also 75 Prozent, sagt man, bleiben fest bei der Wahl, haben sich entschieden. Bei Emmanuel Macron sieht das ganz anders aus, oder? Das ist sicher so. Es ist ja gerade auch gesagt worden, es ist sowieso schon die Hälfte der Wähler noch unentschieden. Die, die im Moment für Macron oder auch für Fillon, Amon sind, die sind noch nicht ganz festgelegt. Und deshalb ist es ganz sicher so, dass da noch vieles offen ist in den letzten Wochen dieses Wahlkampfes und die Kandidaten jetzt noch mal richtig Gas geben werden, um ihre Anhänger zu mobilisieren und neu zu gewinnen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Andreas Jung. Vielen Dank. Vielen Dank.